Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 42. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder, wie ich immer sage, aber ich glaube auch heute wird es wieder sein, zu einem sehr interessanten Thema. Heute zum Thema, nochmal nachlesen, seelische Qualitäten in der Pädagogik. Bei mir heute im Studio Claudia Wenter, Klassenlehrerin der Waldorfschule Innsbruck und Tamara El-Scha-Haui, also ob ich es richtig ausgesprochen habe, wenn wir dann hören, Schülerin der 8. Klasse ebenfalls an der Waldorfschule. Vielen Dank, dass ihr heute bei mir da im Studio seid. Gerne. Gerne, wir freuen uns. Ja, Tamara, du hast ja das erste Lied ausgesucht gehabt, gell? Warum dieses Lied und wie hat denn das geheißen? Das Lied hat Bauer of Love geheißen und das ist ein Soundtrack aus einem Film. Okay, und du hast gesagt, der passt jetzt ganz gut, der Soundtrack. Ja, weil der jetzt wieder neu im Kino läuft. Also der alte Film läuft wieder im Kino. Ja, ja, okay. Ja, meine Damen und Herren, dass Sie sich wieder ein bisschen ein Bild von meinen zwei heutigen Studiogästen machen können. Wieder am Anfang, wie sie es gewohnt sind, der existenzielle Steckbrief. Ja, vielleicht, weil ich nicht ganz hundertprozentig sicher bin, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Sagen wir vielleicht, sagst du nochmal den Namen, Tamara? El-Scha-Haui. Geboren, Tamara? In Innsbruck, 2002. Und Claudia, du bist nochmal die? Claudia Wendter. Aha, und geboren bei dir? Geboren, sag ich immer, in Tirol. Das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird und sehr oft gestellt wurde. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich relativ dunkel bin und das schon sehr früh angefangen hat, wo bist du denn her, wo bist du geboren? Hat sehr oft Erklärungsbedarf gegeben, ebenso wahrscheinlich wie bei der Tamara. Okay, okay. Und das heißt, du, Claudia, bist aus Tirol? Ja, zur Hälfte. Zur Hälfte, okay. Aha. Woher kommt die andere Hälfte? Die andere Hälfte kommt aus Persien, aus dem Iran. Ah, okay. Aha. Mütterlicher oder vaterlicherseits? Väterlicherseits. Väterlicherseits. Und Tamara, woher kommst du? Also, mein Papa kommt aus Ägypten und meine Mama ist Italienerin. Aber Italien klingt nicht so, wie es ist, weil sie ist keine wirkliche Italienerin, sondern vielmehr Südtirolerin. Okay. Ja, hey. Das heißt also, ganz viele Nationalitäten eigentlich. Ja. So hier bei mir im Studio. Genau. Ja, schön. Schön. Was fällt dir denn ein, Tamara, zu aufgewachsen? Oh, das ist eine schwere Frage, würde ich sagen. Wirklich viel, finde ich, kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, kann man eigentlich nicht sagen. Ich weiß nicht, fällt mir eigentlich nicht wirklich etwas an. Das ist immer so ganz schön schwierig, denke ich mir, oder? Wenn man dir jetzt unter Anführungszeichen einen Erwachsenen stellt, okay, der nimmt so seine Kindheit her. Und du bist jetzt ja gerade drinnen in Teilen von deiner Kindheit, oder? Eben. Ja. Was ist dir wichtig, so in der Kindheit? Oder in den jetzigen Lebensabschnitt, muss man eigentlich sagen, oder? Wo du drinnen steckst. Ähm, Freunde sind mir wichtig. Freunde sind dir wichtig. Aha. Okay. Claudia, was würdest du dazu sagen, aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen am Land, in einem kleinen Tiroler Dorf und war einfach ganz viel in der Natur und im Freien und das war mir so das Wichtigste. Mhm. Okay. Und das würdest du jetzt auch sagen, verbindest du das auch mit deiner Kindheit? Ja, ganz stark. Ganz stark? Ja. Okay. So die Natur? Ja, wirklich das Draußensein und viel allein sogar draußen sein, viel in der Natur sein. Mhm. Und das als eine Qualität, oder? Dieses Allein in der Natur sein, oder? Ja. Also nicht nur so, ich bin allein, warum bin ich allein, sondern wirklich als Qualität? Nein, ich habe das sehr genossen. Also wir haben ein Grundstück gehabt in Dörfens mit zwei Fischteichen und mit einem Ruderboot und da habe ich dann gar keine Freunde mehr gebraucht. Es war einfach ganz viel Natur um mich herum, viele Tiere, viele Pflanzen. Und das war so das Schönste, jedes Wochenende dort hinfahren zu dürfen. Mhm. Und Claudia, nach der Kindheit, so bis jetzt, wie kann man sich das weiter vorstellen? Sehr früh zwei Kinder bekommen, zwei Söhne, verheiratet gewesen, 20 Jahre lang. Neben den Kindern dann Erziehungswissenschaften studiert. Da schon mit eigentlich dem Ziel, Lehrerin zu werden. Um, ja, eigentlich darum, um Kindern ein fröhliches, gesundes, zur Schule gehen zu ermöglichen. Ja. Das war mir nicht möglich, in meiner Grundschulzeit zumindest nicht. Es war eigentlich eine sehr schwere Schulzeit, mit sehr viel Druck, mit sehr viel Angst verbunden. Und es war so prägend, diese ersten vier Jahre. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Und das ist so nach wie vor mein vorrangiges Ziel, dass alle Kinder, die bei mir bei der Schultüre reinkommen, fröhlich reingehen und nach dem Unterricht wieder fröhlich hinausgehen können. Wird mir sicher nicht immer gelingen, aber es ist täglich mein Ziel zumindest. Ja, okay. Ja, und schön, dass das Ziel so bei deinen Erlebnissen so ganz persönlich andockt, oder? Dass das nicht nur irgendwas ist, so aufgesetzt, so vielleicht theoretisch angelernt, sondern dass das ganz tief in dir drinnen steckt. Ja, ich glaube, das macht es dann auch relativ leicht, das zu verwirklichen. Weil mein persönliches Ziel für mich auch ist, genauso gut gelaunt hinein und wieder hinaus zu gehen. Und wenn einem das gelingt, und das gelingt mir fast immer, dann kann man das, glaube ich, lang machen, ohne dann auch erschöpft zu sein. Ohne zu jedem Ferientermin hinhecheln zu müssen. Und sich wirklich jeden Tag zu freuen auf die Arbeit mit den Kindern. Wie lange bist du jetzt schon Lehrerin? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, okay. Und immer noch hast du das erhalten? Ja, auf alle Fälle. Okay, ja. Tamara, möchtest du auch Lehrerin werden? Nein, eigentlich nicht da. Eigentlich nicht da, okay. Tamara, wieso bist du jetzt nochmal da in der Sendung? Bei uns in der Schule, da gibt es insgesamt zwei ganz große Arbeiten, die man machen muss. Einmal in der achten Klasse und einmal in der zwölften Klasse. Die von der zwölften Klasse ist nochmal ein bisschen größer. Und ich bin ja jetzt in der achten Klasse und meine Acht-Klass-Arbeit, die geht eben ums Thema Radio. Und ja, deswegen bin ich hier, um mir das ganze Studio anzuschauen und die Technik und so. Ja. Ja, dann schön, dass sich das dann irgendwie so ergeben hat, oder? Dass das Thema da war und gleichzeitig du mit deinem Hintergrund. Ja, schön, schön, dass du da bist. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch mitreden wollen hier in der Sendung, dann können Sie das heute machen. Heute ist wieder Live-Sendung. Das heißt, rufen Sie an. Die Telefonnummer hier im Studio lautet 0512 56 02 91 11. Ich wiederhole es Ihnen noch einmal. 0512 56 02 91 11. Ganz wichtig, die 11 auch mitzuwählen, weil dann kommen Sie im Studio. Wenn Sie nur die 91 wählen, dann seien Sie einfach auf den Anrufbeantworter vom Freirat und leider nicht hier im Studio. Also unbedingt die 11 mitzuwählen. Aber wie gesagt, trauen Sie ihnen, dann können Sie gerne die eine oder andere Frage stellen oder auch mitdiskutieren. Ja, so am Ende vom Existenz-Steckbrief habe ich immer so die Frage, was machst denn du gern? Tamara, wie würdest du darauf antworten, was machst du gern? Ich höre gerne Musik und ich schaue gerne Filme. Ja. Das sind so die zwei Hauptsachen. Ganz genau. Okay, ja. Claudia, du? Ja, das mit dem in der Natur sein, das hat sich beibehalten. Ich mache sehr, sehr viel Sport, aber so über 90 Prozent wirklich auch nur draußen in der Natur. Also ich bin fast meine gesamte Freizeit, wenn es es irgendwie zulässt und auch das Wetter es zulässt, am Berg. Ja, schön. Claudia, am Anfang haben wir so ein Lied von Tamara gehabt. Was würde deiner Meinung nach hier an dieser Stelle jetzt ganz gut für ein Lied passen? Nehmen wir doch, ich ging wie ein Ägypter. Das ist ein Lied, das ich meine Klasse letztes Jahr gewünschen hatte, das einmal einzustudieren und zu singen. Wir singen ja in der Waldorfschule sehr viele schöne, alte Lieder, machen viel alte Musik, machen auch viel Instrumentalmusik. Und meine Schüler haben gesagt, sie möchten endlich einmal was Modernes spielen. Und ich habe gesagt, bringt es mir was, ich mache es ja gern, aber ihr müsst es bringen. Und dann sind sie mit diesem Lied gekommen, wir haben es einstudiert mit Gesang, Geige, Schlagzeug und haben es dann bei unserer großen Schulabschlussfeier im Juli präsentiert. Aha, okay. Und von wem ist das nochmal? Ähm, da musst du mir jetzt helfen, Tamara, wer spielt das? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ist das der Andreas Borani? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ja, ist gleich, sonst können wir ja nachschauen. Das Original praktisch ist von, war das Bengels, oder? Nein, 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 nein. Das ist ein anderes Lied. Ah, okay. Du kennst es bestimmt, wenn du es jetzt anspielst. Ah, okay. Ja, dann spielen wir es doch einmal an. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch. Heute zum Thema seelische Qualitäten in der Pädagogik. Ja, in Vorbereitung auf der Sendung habe ich, ja, unter anderem Literatur dazu von Franz Schesl gefunden. Franz Schesl hat 2006 eine fachspezifische Abschlussarbeit in Existenzanalyse geschrieben und da ist es ganz speziell um Psychohygiene und Burnout bei Lehrern eigentlich gegangen. Aber was mich bei der Abschlussarbeit eigentlich so an, ja, so mit der heutigen Sendung eigentlich Verbindung gebracht hat, war folgendes, dass ich erstens mal gelesen habe, der Herr Schesl war selber 17 Jahre in einer Waldorfschule Lehrer, ja, und, und das ist ganz interessant, der hat sowas beschrieben, als wie eine kopernikanische oder existenzielle Wende auch in der Pädagogik. Pädagogik. Hörer, Hörerinnen, die was vielleicht öfter zuhören, wissen, dass es in dieser Sendung schon auch immer wieder um das Theorienkonstrukt vielleicht Existenzanalyse-Logotherapie geht. Und da geht es ganz viel um den Hintergrund, um eine Person, Viktor Frankl oder auch in Weiterentwicklung Alfred Lengle. Und Viktor Frankl hat einmal so beschrieben, eine kopernikanische Wende in der Psychologie, Psychotherapie, und er hat einfach gesagt, dass zentral im eigentlichen Menschsein nicht nur das ist, dass wir sagen, okay, was will ich vom Leben, sondern eigentlich genau das Gegenteil, dass ich mich eigentlich immer wieder einmal auch frage, was möchte denn das Leben von mir, wo bin ich denn angefragt vom Leben, was seien so die Themen, was von außen an mich herangetragen werden. Und der Schessel hat das jetzt umgeändert oder eigentlich nochmal in Bezug mit Pädagogik gebracht und hat gesagt, gerade in dem Lehrer-Schüler-Bezug ist es ja meistens so, dass wir sagen, okay, der Lehrer gibt, der Lehrer ist der Fragende, oder, der fragt und der Schüler muss antworten, ja, und er sagt, eigentlich geht es im Grunde genommen um ganz was anderes. Eigentlich ist der Schüler, also quasi der Schüler steht für die Welt, der, der eigentlich fragt und der Lehrer, eigentlich die Person des Lehrers, der oder diejenige ist, die eigentlich die Antworten geben sollte, ja. Eigentlich ganz ein vertauschter Bezug. Wie ist das, Claudia? Ist das so, oder gehen wir da eher von so ein bisschen Idealbild aus, wohin sich vielleicht Schule nochmal entwickeln wird? Also ich würde sagen, auch in der Waldorfpädagogik ist das nicht immer die Realität, aber sehr wohl ein Idealbild. Also allgemein in der Pädagogik ist es ja so, dass es immer mehr um einfach nur Kompetenzenerwerb geht und da ist dann wirklich so, es gibt Kompetenzen, die müssen erworben werden, die werden abgefragt vom Lehrer und dann sollen die richtigen Antworten kommen. Bei uns ist ein ganz großes Hauptmerkmal, wenn so gefragt wird, ja, was macht denn Waldorfpädagogik aus? Also ein besonderer Punkt ist, dass wir sehr viele Inhalte, die wir vermitteln, in Epochen vermitteln, das heißt in großen Blöcken, über vier Wochen zum Beispiel großes Thema Pflanzenkunde, großes Thema Tierkunde oder Geschichte. Und das hängt schon damit zusammen, dass man sagt, da möchte man ganz tief in ein Thema eintauchen mit den Kindern, forschen und ihnen auch die Zeit geben, all das, was sie hören, all das, was man erzählt mit ihnen erarbeitet, in die Nacht mitnehmen, dass sie das in die Nacht mitnehmen können, dass das auch noch einmal im Schlaf, im Seelischen arbeiten kann und so entwickeln sich dann eben erst Fragen. Und diese Fragen, mit diesen Fragen können sie am nächsten Morgen wieder kommen, sie aufs Tapet bringen und man kann mit diesen Fragen wieder weiterarbeiten und kann somit halt wirklich in die Tiefe gehen. Ungeachtet dessen gebe ich ganz offen zu, auch in der Waldorfschule ist es so, dass Lehrer fragen und sich Antworten wünschen von ihren Schülern, würde mir die Tamara wahrscheinlich recht geben. Ja. Ich glaube auch, dass man es so einseitig nicht sagen kann, sodass immer einer fragt und der andere antwortet, sondern ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, dass diese Rollen auch vertauschbar sind. Genau. Aber für uns ist es einfach wichtig, dass wir dann in der Gemeinschaft wirklich auch zum Forschen kommen. Und das gelingt sehr oft und wenn das gelingt, dann ist man als Lehrer natürlich sehr glücklich, weil das sind so diese ganz besonderen Momente, wo man dann sieht, ja, jetzt ist es angekommen. Wo so wirklich alle so in diesem Fluss sind und miteinander arbeiten. Ja. Tamara, kennst du denn so diese Momente? Ja, so in die Richtung. Wenn einer aus der Klasse irgendwie eine gute Idee hat und unserer Lehrerin zustimmt und ja. Okay. Da kommt man dann auch richtig so in diesen Fluss hinein, was gerade die Claudia gesagt hat, oder? Ja, so in die Richtung. Okay, okay. Dann ist es nicht nur bloß auswendig lernen, Wissenserwerb, sondern da ist dann Interesse, oder? Feuer ein bisschen dahinter. Es ist dann oft so, dass einer beginnt irgendwas zu sagen und die anderen fügen irgendwas hinzu, bis wir am Ende ein großes Endergebnis haben. Das heutige Thema oder der heutige Titel von der Sendung haben wir ja gesagt, seelische Qualitäten in der Pädagogik und eigentlich haben wir gesagt, ist gut gesagt, weil eigentlich hätte ja ein anderer Studiogast hier bei mir in der Sendung sein sollen, eine Kollegin von dir, Claudia. Ja, genau. Also eine Kollegin auch namens Claudia, die Claudia Laveck hätte da sein sollen. Das ist unsere Handarbeitslehrerin der Mittel- und Oberstufe und die ist sehr, sehr engagiert immer beim Weihnachtsbasar und hat in diesem ganzen Engagement vergessen, dass sie genau heute mit sehr vielen Eltern eben basteln muss für den Weihnachtsbasar. Und deswegen kann sie heute nicht hier sein. Und ich habe ihren Platz eingenommen. Okay, okay. Und du hast aber trotzdem gesagt, so dieser Titel, seelische Qualitäten, wird für dich auch ganz gut passen. Ja, ich denke, das passt sehr gut, weil das einfach ganz was Wichtiges ist in der Waldorfpädagogik, dass man auf die seelische Entwicklung der Kinder schaut. Und dass diese Kinderseelen sich eben jede individuell entwickeln kann. Und das ist unser großes Anliegen, abseits jetzt von dieser reinen Wissensvermittlung. An und für sich wird Schule ja häufig einfach nur als Wissensvermittler gesehen. Bei uns steht die seelische Entwicklung im Vordergrund. Und das Wissen wird sozusagen benutzt, der Lehrplan wird benutzt, um diese seelische Entwicklung im Kind zu unterstützen. Also Steiner hat ja behauptet, der Waldorf-Lehrplan wäre ein anthropologisch orientierter als einziger. Das versuchen wir einfach wirklich sehr stark, uns nach dem zu halten. Okay. Bevor wir da näher eingehen, vielleicht auch auf den Begründer, beziehungsweise so die Idee dahinter. Was würde denn an dieser Stelle gut passen? Vielleicht, Tamara, was möchtest du denn hören an dieser Stelle? Vielleicht Skyfall von Adele. Okay. Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9 Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz da ein bisschen was verlesen. Sein tut es folgendermaßen, dass Elfi Hofer die Institutsleitung des GLE-Institutes Tirol, also des Institutes für Existenzanalyse und Logotherapie in Tirol, nach fünf Jahren die Leitung abgibt, also sie begibt sich in die Pension und ja, hat aus diesem Grund einfach so den Bedarf, dass wieder ein bisschen zeitlich was frei wird und da wollten alle, alle Mitglieder der GLE Tirol eben zum einen ihren Dank aussprechen, ja, also vielen Dank Elfi, dass du die so unermüdlich und so dauerhaft eingesetzt hast wie die Interessen der GLE, dass da unermüdlich ein Engagement da war, dass du Stütze warst, dass du Begleitung warst für viele und ja, Elfi, du wirst morgen ja entsprechend verabschiedet, da gibt es dann einen festlichen Akt einfach noch, wo einfach, ja, so dein Engagement einfach, glaube ich, schon nochmal ganz gut geehrt und einfach offen bekundet wird. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle einfach noch einmal auch meinen Dank für dein, ja, für dein Dasein, für dein Dasein für uns. Meine Damen und Herren, Sie hören heute die 42. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch, heute bei mir im Studio Tamara Elschahaui und Claudia Wenter, Claudia Wenter, Klassenlehrerin an der Waldorfschule Innsbruck und Tamara, Schülerin der 8. Klasse und Tamara macht dann so ein Klassenprojekt oder Abschlussprojekt, Ja, für die 8. Klasse. Genau, und da geht es um Radio und deswegen ist sie zum einen als Schülerin da, weil sie einfach auch in der Waldorfschule eine Schülerin ist und zum anderen einfach, weil sie einfach auch interessiert, wie das Ganze hier einfach abläuft, so in der Radiosendung. Ganz genau. Meine Damen und Herren, auch noch einmal hier der Aufruf an Sie, wenn Sie live ins Studio kommen wollen, rufen Sie an, noch haben Sie Zeit, nicht mehr lange, aber noch schon. Die Telefonnummer hier im Studio 0512 56 02 91 11 Ich wiederhole es noch einmal, 0512 56 02 91 11 Ja, vor dem letzten Lied, Skyfall, haben wir ja was über die Entstehungsgeschichte, so gerade ein bisschen so anteasert, gehört von der Waldorfschule. Claudia, du hast ja so diesen Begründer noch einmal ganz kurz erwähnt. Wer war denn das und wie ist denn überhaupt dazukommen? Hast du ein bisschen Information, dass so etwas wie Waldorfpädagogik überhaupt ins Leben gerufen worden ist? Also so ganz kurz kann ich was dazu sagen. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie und auch der Begründer der Waldorfschule, ist von Emil Mold, das war der Leiter der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik in Stuttgart draußen, gebeten worden, für seine Arbeiter, für die Kinder seiner Arbeiter, eine Arbeiterschule einzurichten, sodass also alle Arbeiterkinder in diese Schule gehen können. Der wollte da was Eigenes, was Neues und der Rudolf Steiner hat somit diese erste Schule da begründet und deswegen heißt sie auch Waldorfschule aufgrund dieser Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. Das war Anfang 1900, also so lange gibt es die Waldorfschule schon mittlerweile auf der ganzen Welt. Was sehr schön ist, weil alle den gleichen Lehrplan haben und somit alle unsere Schüler auch überall anderswo auf der Welt in eine Waldorfschule gehen können. Wir nutzen das sehr viel in der Oberstufe, wo dann unsere Schüler Austauschsemester machen können. Das heißt, sie gehen für ein Semester ins Ausland zu einem Waldorfschüler irgendwo anders, Neuseeland, Kanada, Australien, Amerika, überall verschlägt sie es dahin und das zweite Semester kommen diese Schüler dann zu uns an die Schule. Ja, spannend, spannend, dass das so möglich ist. Ja, also das ist eine sehr schöne Möglichkeit und das nehmen Gott sei Dank auch viele wahr. Und Claudia, was unterscheidet so die Waldorfschule von einer unter Anführungszeichen normalen Schule oder ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, oder? Also es gibt vielleicht auch nochmal andere, viele andere Schulkonzepte vielleicht auch nochmal. Aber was unterscheidet da die Waldorfschule? Ja, das ist eh eine Frage, die eigentlich fast immer gestellt wird, wenn man sagt, man arbeitet in der Waldorfschule oder man geht in die Waldorfschule. Ein großer Punkt ist sicher, dass wir sehr, sehr viel künstlerisch arbeiten, also sowohl im musikalischen als auch im handwerklichen Bereich. Wir haben von der ersten Schulstufe an bis hinauf zur zwölften Schulstufe zwei Fremdsprachen. Bei uns in Innsbruck ist das Englisch und Italienisch, das unterrichtet wird. Wir sind eine Gesamtschule, also tatsächlich von Schulstufe 1 bis 12 kann man bei uns zur Schule gehen. Man muss nicht, man kann jederzeit wechseln, aber man kann seine gesamte Schulzeit bei uns verbringen. Man kann auch davor schon Kindergarten und Kindergrippe besuchen. Ein großes Prinzip, das habe ich davor schon einmal kurz erwähnt, ist dieser Epochenunterricht. Der wird auch kurz Hauptunterricht genannt. Das heißt, die Unterrichtszeit von 8 bis 10 Uhr bis zur großen Pause wird immer in Epochen gegeben. Das heißt, eben sowas wie Heimatkunde, aber auch wie Rechnen oder Deutsch wird vier Wochen am Stück gegeben, sodass man mit den Kindern sehr intensiv da in die Materie eindringen kann. Und erst ab nach der großen Pause gibt es dann die Fächer, die wöchentlich auch im Stundenplanrhythmus sind. Das sind alle Fremdsprachen, das ist alles Handwerkliche und alles, was mit Bewegung zu tun hat, eben auch der Sport zum Beispiel. Dann ganz wichtig ist eben auch dieser anthropologisch orientierte Lehrplan. Wie ich es davor schon einmal gesagt habe, da geht es einfach darum, das Wissen, das vermittelt wird, soll den Kindern in ihrer Entwicklung weiterhelfen, soll sie da abholen, wo sie gerade stehen und sie ein Stück weiter befördern. Wenn man das jetzt in ein praktisches Beispiel ummünzt, damit es gut erklärt ist, erste Klasse, die Kinder kommen vom Kindergarten in die Schule, sind total in einer Fantasiewelt und man soll sie eigentlich in dem Alter noch möglichst lange da drinnen auch belassen, weil es sehr stark die Kreativität fördert, dann ist ja ein großes Thema, man soll den Kindern Lesen und Schreiben beibringen. Wie macht man das, diese dürren Buchstaben, sage ich jetzt einmal, an dieses fantasievolle Kind zu bringen? Wir machen das nach wie vor mit Geschichten. Meistens mit einer großen Geschichte, wo ein kleiner Held vorkommt, sei es jetzt ein kleiner Zwerg oder irgendetwas, irgendeine Bezugsperson, also zu dem die Kinder einen Bezug aufbauen können und dieser kleine Held, zum Beispiel dieser Zwerg, erlebt allerhand Abenteuer und begegnet in seinen Abenteuern den Buchstaben. Und dazu gibt es immer große Bilder, wo man dann sehr farbenfroh den kleinen Helden eben sieht, mit irgendeinem Buchstaben, der da in irgendwas versteckt ist, wie zum Beispiel das B im Bären oder das T im Turm oder das K im König, der da irgendwo sitzt. Und so hat man da noch sehr viel Fantasie drinnen. Die Kinder finden dann immer leichter, selbst im Bild den neuen Buchstaben, sind mit großer Begeisterung dabei. Und so lernt man Lesen und Schreiben spielend. Zum Beispiel. Interessant. Tamara, wie lange bist du jetzt schon in der Waldorfschule? Seit acht Jahren, seit der ersten Klasse, um genau zu sein, ab dem zweiten Tag der Schule. Okay. Ja. Das heißt, du hast das so mitgekriegt? Ja, unsere Lehrerin hat extra ein Buch geschrieben für uns sogar. Das haben wir dann am Ende auch alle bekommen. Sie ist Mordina und die Murmeltiere. Aha, und da war es genau so, oder? Ganz genau, ja. Ja, und dann hat man halt auf ihrer Reise durch, weil sie wohnt in den Bergen, und da kommt sie runter langsam, und dann trifft sie die verschiedenen Leute, und die ganzen Buchstaben kommen dazu. Und zu jedem Buchstaben gab es dann auch immer so einen Spruch, den wir dann meistens so eine ganze Woche lang immer gesprochen haben. Ja, und, ja, so weit. Ja, spannend. Das heißt, das, ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Hast du genauso Bekannte, Kolleginnen, Freunde, die das Lesen anders beigebracht haben? Hast du da ein bisschen einen Vergleich? Ja, ein Freund von mir, der ist früher in eine andere Schule gegangen, dort hat es ihn dann nicht so gut gefallen, und der ist zu uns in die Waldorfschule gegangen. Und der hat eben deswegen gewechselt, weil es in der anderen Schule, er mit ziemlich viel Druck gelernt hat, und seine Eltern haben halt auch immer gesagt, dass er immer ganz lang wach bleiben musste, um zu lernen und so. Und, ja. Also der hat nochmal so diese andere Sichtweise einfach, den hat es dann besser gefallen, der hat sich leichter dann in der Waldorfschule. Ja, genau. Und seine Eltern haben ihn eben zu uns getan, weil meine Eltern halt gesagt haben, dass das hier ganz toll ist und so. Okay. Du hast ja zuerst einmal so gesagt, ich glaube, bei der ersten Musik oder vor der Sendung war das ganz kurz, dass die die Leute teilweise irgendwie ein bisschen so fragend ansprechen, oder? So, was, Waldorfschule, oder? Ja, genau. Die haben dann auch oft ziemlich viele Vorurteile, und manchmal wissen sie nicht genau, was es ist, oder denken sie, dass es eine Montessori-Schule ist, was es natürlich nicht ist. Und die denken dann immer ganz lustige Dinge drüber, und da musst du immer erst alles erklären, bis sie wissen, dass das eine recht normale Schule sogar fast noch ist. Okay. Also das bist du schon gewohnt, dass dann viel Erklärungsbedarf da ist. Ja, ganz genau. Was sagst du ihnen dann so? Ja, dass unsere Schule eigentlich recht normal ist, außer dass wir in der Oberstufe zum Beispiel ziemlich viele Praktika haben, was ich sehr toll finde, und eben in dem Wochenunterricht, und ja, dass sich halt die Lehrer mir geben, dass man das Ganze halt mehr ohne Druck und so lernt. Und normal heißt es, es gibt ganz genau so ein Notensystem? Ja, also man bekommt eigentlich nur ein schriftliches Zeugnis, aber wenn man es will, dann bekommt man natürlich auch Noten. Und ja, also du kannst es schon verlangen, und man bekommt zwar immer nur schriftliche, aber die Lehrer haben sich das Notenzeugnis auch aufgeschrieben, wenn du zum Beispiel in der achten Klasse wechseln willst oder sowas, und du das Zeugnis von der vierten Klasse noch brauchst, dann haben das die Lehrer natürlich. Was ist da der Vorteil dabei, Claudia? Ja, für uns geht es nicht um eine Beurteilung, sondern um einen Entwicklungsbericht. Und da ist es vollkommen uninteressant, wer an welchem Platz in der Klasse steht, und ob das so in der Form erreicht wurde, dieses Klassenziel, sondern wie hat sich das Kind individuell in diesem Jahr entwickelt? Wo ist es gestanden am Anfang des Schuljahres, und wo steht es am Ende des Schuljahres? Und eine Entwicklung kann ich nur in Worten beschreiben, und nicht mit einer Ziffer. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir eben Berichte schreiben, Verbalbeurteilungen. Man kann da alles herauslesen, man weiß dann genau, was das Kind kann und was nicht, aber man weiß wirklich genau, was es kann. Also es steht dann, bei einem Dreier in Mathematik, weiß ich eigentlich nur, mein Kind ist durchschnittlich. Aber ich weiß nicht, was kann es über- oder unterdurchschnittlich, sodass diese drei rauskommt. Im Entwicklungsbericht soll es schon so sein, dass genau darin steht, das und das kann der Schüler schon gut, da muss er vielleicht noch üben, das hat er erst kennengelernt, da tut er sich noch schwer. Und eine ganz wichtige Komponente in diesem Entwicklungsbericht ist auch, dass wir wirklich auch beschreiben, im sozialen Miteinander, im seelischen, wie hat sich das Kind entwickelt, wo steht es da. Okay. Und diese Vergleichbarkeit, so wie die der Mauer gesagt hat, mit anderen Schulen, so bei einem Wechsel, das ist gegeben, weil im Hintergrund doch formell Noten sein müssen, oder wie? Wir haben das Öffentlichkeitsrecht, das heißt, wir müssen Notenzeugnisse führen, wir geben die aber an die Schüler nur aus, auf Nachfrage, wenn sie die Schule verlassen möchten. Das heißt, jeder Schüler, der die Schule verlässt, bekommt selbstverständlich sein Notenzeugnis mit und kann mit diesem Notenzeugnis an jeder anderen Schule beginnen. Das heißt, da gibt es jetzt nicht, dass man dann irgendwelche Nachteile hat, weil man die Waldorfschule besucht. Nein, das gibt es nicht. Das meinen viele oft, aber es ist nicht so. Okay. Ja, vielleicht, dass man doch noch ganz ein kurzes Lied spielt, weil eins hat noch Platz und ja, dann die Zeit ist eh ziemlich fortgeschritten. Claudia, was würdest du gerne an dieser Stelle hören? Eines, das ich einfach immer gerne höre und das man viel zu selten im Radio hört, das ist von Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ja, meine Damen und Herren, die heutige Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch zum Thema seelische Qualitäten in der Pädagogik, die zwei Studiogäste hier bei mir im Studio, Tamara Elchaoi und Claudia Winter, Klassenlehrerin an der Waldorfschule Innsbruck und Schülerin der achten Klasse in Innsbruck. Ja, also Claudia, Klassenlehrerin, Tamara, Schülerin. Ja, Claudia, tust du ja ganz am Anfang so eigentlich im existenziellen Steckbrief so diese Verbindung deines Berufes, Lehrerin zu sein, mit den Erfahrungen aus der Kindheit verknüpft, oder? Mit diesen Erfahrungen, wo du einfach sagst, das waren teilweise, wie ich es gehört habe, nicht schöne Erfahrungen in der Schule und wo du dann sagst, dir ist wichtig als Lehrerin, dass Kinder fröhlich in die Schule reingehen können, fröhlich aus der Schule rausgehen können und da stellt sich mir so die Frage, ist das nur in der Waldorfschule möglich? Ich hoffe nicht, dass das nur in der Waldorfschule möglich ist, aber für mich ist es einfach der ideale Platz, weil man, ich glaube, das schon nur in der Waldorfschule, diese Gelegenheit hat, Kinder so lange zu begleiten. Wir begleiten als Klassenlehrer die Kinder mindestens sechs Jahre, oft auch acht Jahre lang. Wir kennen uns alle sehr gut, es ist irgendwo so das Gefühl einer großen Familie. Eltern, Schüler, Lehrer, es ist so ein großer Zusammenhalt da, sicher auch dadurch bedingt, dass wir eine Privatschule sind, wenig Fördergeld haben und sehr viel einfach durch Eigenleistung erbringen müssen, aber das heißt halt nicht nur Arbeit, sondern das schweißt auch zusammen. Viele gemeinsame Arbeiten machen halt auch ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Also es gibt sehr viele Bereiche, wo Eltern sich mehr einbringen müssen als sonst wo, wo auch Lehrer sich mehr einbringen müssen, aber dafür erlebt man halt viele schöne gemeinsame Momente und ich glaube, das macht es auch mit aus, dass sich die Kinder da dann letztendlich so wohlfühlen. Was ist das, wo du sagst, da müssen oder vielleicht dürfen oder können sich Eltern dann vermehrt einbringen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das eine ist, wir haben sehr viele Elternabende, wo zum einen informiert wird, was wir wie machen, also wo Eltern einfach sehr viel auch mitbekommen über den Schulalltag. Wir besprechen aber auch viel gemeinsam, also Eltern können da schon sehr viel kreativ auch mitgestalten und im Schulganzen gibt es natürlich, wir haben keinen Direktor, wir sind selbst verwaltet, da gibt es sehr, sehr viele Gremien, in denen auch Eltern mitgestalten, mitwirken, beim Vorstand angefangen, über alle möglichen Kreise bis hin zu diesem Basarkreis, der heute auch schon angesprochen wurde, weil die Werklehrerin eben heute da zugange ist mit vielen Eltern und da schon vorbereitet. Oder auch der Stadtlauf fällt mir da ein, der ist sicher allen Innsbruckern ein Begriff, der große Innsbrucker Stadtlauf. Seit vielen, vielen Jahren machen wir die Verpflegung für den kompletten Stadtlauf und das ist auch so ein Ereignis, da müssen alle zusammen helfen, man stöhnt zwar davor oft, weil das mit viel Arbeit verbunden ist und dann ist man doch ganz happy und glücklich alle Jahre wieder gemeinsam vereint an diesem Tag. Und das macht es so schön auch an dieser Schule. Also alle setzen sich einfach auch mit dafür ein, oder? Es kann sich keiner draußen halten und sagen, geht mir nichts an. Ja, also der Großteil zumindest versucht sich da wirklich einzubringen und das macht das schöne Gefühl an, ja, für alle. Ah, schön. Und macht es wirklich erlebbar. Ah ja, ja. Ist das für dich auch, Tamara, so dieses? Ja. Ja, wir Schüler helfen ja auch immer mit, beim Stadtlauf und beim Weihnachtspassar. Beim Stadtlauf tun wir immer die Sackerl entpacken, was dann immer an alle Läufer verteilt werden. Und unsere Eltern, die stehen dann zum Beispiel am Kuchenstand oder helfen aufbauen oder sowas, ja. Okay, also das hast du auch mehrmals erlebt eigentlich. Ja. Achtmal schon. Achtmal sogar. Obwohl ich in den Stadtlauf schon im Kindergarten gegangen bin, also. Ja. Und macht man das gern, oder? Äh, ja. Es macht eigentlich meistens ziemlich viel Spaß. Mhm. Schön, schön. Ja, meine Damen und Herren, dann sind wir eigentlich wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Also, die Zeit verfliegt ja immer wieder ganz schnell. Und ich glaube auch heute wieder, es werden einige Fragen noch, die was ganz, ganz wertvoll wären, gestellt zu werden. Aber, ja, ich glaube auch heute bleibt einiges offen und ist ja gut so, dass noch was offen bleibt. Also, es ist auch gut so, dass wir noch nicht alle antworten können auf die ganzen Fragen. Meine Damen und Herren, die nächste Sendung wird am Donnerstag, den 3.12. sowie in Wiederholung am 14.12. stattfinden. Dann wird mein Studiogast hier in der Sendung Sabrina Schrettl sein. Ja, ich sage einmal eine Weihnachtsliebhaberin, wenn nicht sogar Weihnachtsexpertin. Und das Thema wird dann sein Weihnachten. Es wird dann eine voraufzeichnete Sendung sein, also Sie können dann nicht anrufen, aber, ja, werden sich wieder sicher andere Sendungen ergeben, da wo Sie auch diese Möglichkeit hätten. Ja, zum Abschluss. Wäre euch noch was wichtig? Claudia, wäre dir was wichtig? Ja, eine Sache vielleicht, nachdem wir ja jetzt nicht alle Fragen ansprechen haben können, eine gute Gelegenheit, sich ein praktisches Bild von all dem, was wir zwei, die Tamara und ich, jetzt erzählt haben, einmal ein praktisches Bild zu machen, das wirklich zu sehen, wer der Weihnachtsbasar, der jetzt bald ansteht, der findet am 28. November statt, von 11 bis 17 Uhr. Das ganze Schulhaus ist an diesem Tag verwandelt in ein weihnachtlich gestaltetes Haus. Es ist wunderbar für Kinder, für groß und klein, für jung und alt. Und jeder, der interessiert ist, ist herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Jahnstraße 5. Wir freuen uns. Ja dann, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen noch einen sinnvollen Abend. Auf Wiederhören.